Für was haben die sich als Jugendliche oder Jugendliche engagiert? Ja, mich hat sehr stark der Irakkrieg damals politisiert, also das war so 2002, 2003, 2004 und wir haben damals in der Schule viele Debatten gegen den Irakkrieg, also gegen den imperialen Krieg, der damals geführt wurde, geführt und uns stark für den Frieden eingesetzt in der Region und direkt nach der Schule habe ich mich dann bei diversen NGOs engagiert und zwar für mehr Gerechtigkeit im globalen Süden. Wo in Ihrem Programm merkt man, dass Jugendliche Ihrer Partei wichtig sind? Ja, Jugendliche nehmen wir in unserem Programm sehr, sehr ernst, also das ist wirklich auch ein Schwerpunkt unseres Programms. Wir sind zum Beispiel dafür, dass es eine Grundsicherung für Kinder und Jugendliche bis zu ihrem 18. Lebensjahr gibt. Die Höhe soll bei 630 Euro liegen, dieser Grundsicherung. Und das wollen wir einführen, weil man einfach sehen muss in Deutschland, wir sind zwar ein reiches Land, aber die Chancen auf Bildung und dann auf eine spätere Verwirklichung hängen heute noch viel zu stark vom Geldbeutel der Eltern ab. Das heißt, wer in einer Familie geboren wird, die es finanziell schlechter hat, hat auch an sich keine gute Chancen, da herauszuwachsen. Und deswegen machen wir uns stark für diese Kinder- und Jugendgrundsicherung, damit alle Kinder und Jugendliche sich verwirklichen können, ganz unabhängig von dem Geldbeutel der Eltern. Und ein anderer Punkt, der für uns sehr wichtig ist, wir wollen in Infrastruktur investieren, also in die Bahnen, in Jugendfreizeitstätten, in Musikschulen, dort gute und coole Angebote schaffen und diese dann auch wirklich kostenfrei für alle machen, damit auch da die Chance auf Teilhabe wieder nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und vielleicht noch ein Punkt für uns ist ganz klar, dass das Wahlalter auf Bundeslandes und auch auf der kommunalen Ebene auf 16 Jahre gesenkt werden muss, damit Jugendliche und deren Themen sich besser in der Politik widerspiegeln. Welchen Aspekt des Klimaschutzes, den Ihre Partei verpennt hat, möchten Sie im Bundestag als erstes angehen? Naja, wir müssen ja sehen. Der Klimaschutz wurde auf vielfältige Art und Weise verpennt. Also man hat ja fast gar nichts gemacht. Und vor allen Dingen hat man es bislang vollkommen verschlafen, ordnungspolitische Maßnahmen zu treffen. Das heißt, die Konzerne einzuhegen, sie in die Schranken zu weisen. Zum Beispiel eine Sache, die man super schnell einführen könnte, ist, dass die Autozulassung von Verbrennermotoren 2030 spätestens gestoppt wird. Das ist eine Maßnahme, die sich schnell unkompliziert umsetzen lässt, die viele positive Impulse bringt. Und was für uns natürlich auch ganz klar ist, dass Klimaschutz immer sozial verträglich sein muss. Das heißt zum Beispiel, wenn Benzinpreise sich erhöhen, darf das nicht als allererstes die Krankenschwester spüren, die vielleicht einen weiten Weg zur Arbeit hat, weil sie in der Stadt, wo sie arbeitet, ja keine bezahlbare Wohnung hat und deswegen einen langen Weg zur Arbeit hat. Und deswegen sind wir dafür, dass die Reichen und die Konzerne besteuert werden und dass alle anderen entlastet werden und wir somit wirksam für Klimaschutz kämpfen. Bildung, Arbeitsmarkt, bezahlbarer Wohnraum. Wie kann Ihre Partei die gleichen Chancen und Zugänge für alle Menschen garantieren? Naja, bei Wohnungsbau ist es relativ einfach. Wir wollen die großen Immobilienkonzerne enteignen und eine Daseinsvorsorge im Wohnungsmarkt schaffen, die für alle bezahlbar ist. Und ich antworte kurz, weil ich nur noch 20 Sekunden habe. Deswegen die nächste Frage. Stichwort Wahlalter. Ab welchem Alter sollten Menschen bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben dürfen und warum? Unbedingt ab 16, das habe ich vorhin schon gesagt, weil wir die jungen Menschen besser repräsentieren müssen in unserer repräsentativen Demokratie.